Hier ist ein Schild, der Kaufpreis wäre 150.000, Einnahmen pro Straßenlieferung 5.000 und 7.000 für eine Luftfrachtlieferung. Da wir nur 166.000 haben, kaufen wir das jetzt nicht. Das Geld können wir erstmal sparen. So, hey Trevor, Oscars Bezahlung für die Waffen sollte schon eingegangen sein und das sieht so aus, als sei der Flugplatz der Lost jetzt leer. Du hast sie weggepustelt, ich denke das macht ihn offiziell zum Eigentum von Trevor Phillips Enterprises. Fahr rüber und sieh es dir an. Gut, wir haben jetzt hier unseren eigenen Flugplatz. Missionen, hier steht unser Auto, hier sind die Chinesen, wo wir hin können. Ja, jetzt brauchen wir nur noch was. Können wir das Ding mitnehmen? Ja, können wir. So, wir wollen einmal. Ähm, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wende ich jetzt die Aufnahme. Ne, eine Mission mache ich jetzt noch. Wir fahren jetzt einmal zu den Chinesen. So, das wäre dann hier rüber. Gut. Waren wir da hin? Gucken, haben wir es mal da. Machen dürfen, können, sollen. Ich habe irgendjemandem den Arsch aufreißen. Was will eigentlich Ammonation machen? Aus dem Weg. Oh, das Ding hier geht aber gut ab. So, einmal. Das passt mit dem Teilchen. So, hier müssen wir rein. Schön parken, ne? Und dann... Trepp. You're still banned. What about these two? Whoever wins, gets banned. He's won. Ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the Internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now, get me a drink. I got a meeting. Okay. But any more bodies turn up in my bar. I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang. Pleasure to meet you. Oh, no. I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. Oh, yeah, he seems it. I should say, der ist high. Oder besoffen. What the fuck is wrong with him? Just this, just this. Come, 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 come. I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips' corporation is serious business. We pay good price. So, begib dich zum MEV-Labor. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Good done. Fuck us up. Mind the strass. No, no. Mr. Chang Sr. is very specific. He wants a good reliable source of the Meta Amphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operations all about. do you think that's the way we can do it? Sit, Trevor. We ain't got long. Whoa, whoa, whoa. Manor, Shaft. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lau Shun. Oh, shit. Der is so truff, der Kerl. We ain't got long till they get here. Everything in it's time, all right? Gentlemen, please. Come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? There you go. Privat gemacht. So, das heißt, jetzt geht's wieder rund. Alter, sind das viele. Na, einer müsste doch noch irgendwo sein, da. Da, wo ist das Tor. So, hier lang, komm. Alter. Einer müsste jetzt hier hochkommen. Wo müssen wir jetzt hin? Hinten rum, auf Vollgeschäft kommen. Boah, falsche Strecke. Geh lang. Ja, ist gut. Ich will erst die beiden hier noch abknallen und dann die beste Waffe. Uuuuh, das ist sehr schön. Ah! Sauber. So, zwei Schuss habe ich dafür noch. So. Ah, da ist das Maschine dabei. So. So. So, das ist dasst... Es ist richtig, Herr Schuss. Hahahaha! Woohoo! Woop! Oh! Woop! Ich glaube, wir haben das Gericht genug gemacht. Kai Chung. Aber noch mehr so hin. Woop. Ja, wir gehen! Wir gehen die Reise. Also, wir gehen das Errschätzt an, was errscht. Aber Klavier werden die Kuhnen mit dem verbatmen. Hey Trevor. Wir haben noch ein Befest? Würfel. Okay. bestanden trevor phillips industries verluste 30 von 32 damals wo stück nicht geschafft unversehrt haben auch nicht geschafft weil schrotter hammer geschafft missionszeit war etwas zu lang mit vier minuten 40 travers fahrzeug jungen buggy wurde beschlagnahmt naja gut dann steigen wir mal ins auto was haben wir jetzt für missionen nur hier ich fahre jetzt erstmal nach hause so erstmal nach hause fahren straßen hier gehören mir so dann sind wir jetzt hier hole ich mir ein medipack sehr schön und ja dann würde ich sagen ähm tue ich jetzt die aufnahmen hier beenden und wir sehen uns dann beim nächsten mal dann danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao